Vom 18. bis zum 21. Juni 2018 führen wir vom Auktionshaus Künker in Osnabrück unsere Sommerauktionen durch. In Auktion 308 wird am 19. Juni ein weiterer Teil der Sammlung Popkin versteigert. Diesmal präsentieren wir Ihnen die Prägungen der Welfen. Geht es Ihnen wie den meisten Numismatikern? Sie wissen natürlich, dass die Welfen das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg regierten. Aber wenn es darum geht, welche Linie wann und warum welche andere Linie abgelöst hat, dann kommt der gewiefteste Routinier ins Schwimmen. Machen Sie sich nichts draus. Nachdem Sie diesen Film gesehen haben, tun Sie sich leichter. Wir sortieren für Sie die unterschiedlichen Linien des Welfengeschlechts im 16. und 17. Jahrhundert und illustrieren das mit den prachtvollen Prägungen der Sammlung Popkin. Beginnen wir mit Heinrich dem Löwen. Wir verdanken ihm wunderschöne Prakteaten. Sie zeigen einen Welpen, das sprechende Wappen der Welfen. Welpe bezeichnete damals den Nachkommen eines besonders edlen Hundes oder, wie auf dem Prakteaten dargestellt, eines Löwen. Das Gebiet, über das Heinrich herrschte, nannte man Sachsen. Als Kaiser Friedrich II. 1235 Heinrichs Enkel, Otto das Kind, mit einem Teil des großväterlichen Besitzes belehnte, schuf er aus den Gebieten Braunschweig und Lüneburg das neue Herzogtum Braunschweig. Deshalb nennt sich Otto auf diesem Prakteaten Otto Dux de Brunswick, also Otto Herzog von Braunschweig. Machen wir einen zeitlichen Sprung an dem Beginn der frühen Neuzeit. Seit etwa 1525 begann sich der Bergbau im Harz zu rentieren und um das Silber, das dort abgebaut wurde, ließ es sich prächtig streiten. Denn 1525 existierten bereits vier Braunschweiger Linien. Als Otto das Kind, 1252 starb, wurde sein Herzogtum nämlich aufgeteilt in Braunschweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg. Bitte merken Sie sich vor allem diese beiden Linien, Braunschweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg. 1291 entstand bei einer weiteren Teilung von Braunschweig-Lüneburg die Herrschaft Braunschweig-Grubenhagen. Und 1495 gründete Erich I. die Kahlenberger Linie mit Kahlenberg und Göttingen. So, noch einmal. Im Jahr 1555, also in dem Jahr, in dem der Augsburger Religionsfrieden geschlossen wurde, herrschte Heinrich der Jüngere über Braunschweig-Wolfenbüttel. Warum wir von Franz Otto keine Münze zeigen? Ganz einfach. Braunschweig-Lüneburg hatte keinen Anteil am Harzer Silber und konnte deshalb nicht im großen Stil Münzen prägen. Und dass Braunschweig-Wolfenbüttel seinen Anteil fast während des Schmalkaldischen Krieges verloren hätte, daran erinnert diese Münze. Sie zeigt auf der Rückseite einen wilden Mann. Wilder Mann? Genauso hieß die wichtigste Grube, die der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel am Rammelsberg kontrollierte. Übersetzen wir die Rückseitenlegende in modernes Deutsch. In Gottes Gewalt habe ich meine Sache gestellt. Der hat es gefügt, dass es mir genügt. Damit spielte Heinrich der Jüngere auf das glückliche Ende seines Kriegs gegen Goslar um das Silber des Rammelsbergs an. Die Bürger von Braunschweig und Goslar hatten Herzog Heinrich gemeinsam bekriegt, aus seinem Herzogtum vertrieben und ihn sogar mehrere Jahre lang eingekerkert. Er kam erst nach dem Sieg Karls V. bei Mühlberg wieder frei und erhielt seine Silberminen zurück. Und genau das feiert dieser Thaler. Heinrich der Jüngere ist übrigens dafür verantwortlich, dass die Verhältnisse im Haus Braunschweig-Wolfenbüttel noch relativ übersichtlich sind. Er führte nämlich die Primogenitur ein. Also erbte in dieser Linie immer der älteste männliche Nachkomme. Erst Julius, dann Heinrich Julius und zuletzt Friedrich Ulrich. Dieser Friedrich Ulrich dürfte zu den reichsten Fürsten des Deutschen Reichs gehört haben. Er hatte genug Silber, um ein großes Heer zu bezahlen. Und als 1596, der letzte Herrscher aus dem Geschlecht der Braunschweig-Grubenhagen starb, besetzte Friedrich Ulrich mit seinen Truppen dessen Besitzungen, um auch die Silberminen der Linie Grubenhagen in seinen Besitz zu bringen. Das gefiel dem herrschenden Fürsten der Linie Braunschweig-Lüneburg natürlich nicht. Christian wehrte sich dagegen. Er klagte vor dem Reichskammergericht, bekam Recht und Friedrich Ulrich sah sich gezwungen, das Grubenhagener Gebiet der Linie Braunschweig-Lüneburg zu übergeben. Erst seit damals ist die Münzprägung von Braunschweig-Lüneburg genauso umfangreich wie die von Braunschweig-Wolfenbüttel. Aber Achtung! Seit 1433 residierten die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg in der Stadt Zelle. Deshalb wird diese Linie gerne Braunschweig-Lüneburg-Zelle genannt. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges herrschte also Christian über Braunschweig-Lüneburg-Zelle, Friedrich Ulrich über Braunschweig-Wolfenbüttel, August der Jüngere in Braunschweig-Lüneburgischen Amt Hitzacker, sein älterer Bruder Julius Ernst in Braunschweig-Dannenberg und Wilhelm in Braunschweig-Harburg. Moment! Hitzacker, Dannenberg und Harburg? Was ist denn das schon wieder? Schauen wir genau hin! Die winzige Herrschaft Harburg ist benannt nach dem gleichnamigen Schloss. Sie wurde 1527 von Braunschweig-Lüneburg abgespalten, um einen jüngeren Sohn abzufinden. Eigentlich wäre sie keine Erwähnung wert. Sie fiel bereits 1642 an Braunschweig-Lüneburg zurück. Aber sie hat numismatische Bedeutung. Wilhelm von Braunschweig-Harburg, dessen prachtvollen Thaler wir hier sehen, erhielt nämlich durch die welfische Erbteilung von 1635 die reiche Obergrafschaft Hoja, sodass er über ausreichende Mittel verfügte, eine umfangreiche Münzprägung in die Wege zu leiten. Und damit ist das Stichwort gefallen. Die welfische Erbteilung von 1635. Das ist etwas, das wir uns merken müssen. Die Genealogie lässt mit der welfischen Erbteilung von 1635 das neue Haus von Braunschweig-Wolfenbüttel und von Braunschweig-Lüneburg beginnen. Diese welfische Erbteilung ist der Knoten, der die Linien von Wolfenbüttel, Dannenberg, Kitzacker, Harburg und Lüneburg miteinander verbindet. Für eine Erbteilung braucht es immer einen Toten. In diesem Fall starb im Jahr 1634 Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. Wer sollte nun die üppige Erbschaft antreten? Es gab genügend Kandidaten, doch unter denen gab es nur wenige, die auch über Söhne verfügten. Denn 1610 hatte sich Ernst II. von Braunschweig-Lüneburg-Zelle mit seinen Brüdern hinsichtlich der Herrschaft folgendermaßen geeinigt. Für fünf Brüder mit einer großen Schar von Nachkommen war das Land zu klein. Deshalb sollte nur einer von ihnen heiraten. Der jüngste Bruder namens Georg erhielt die Erlaubnis, in einer Ehe legitime Kinder zu zeugen. Die anderen Brüder durften dafür einer nach dem anderen Ernst II. in der Herrschaft über Braunschweig-Lüneburg-Zelle ablösen. Für Georg und seine Nachkommen wurde die kleine Herrschaft Braunschweig-Kahlenberg-Hannover eingerichtet. Sie sollte später wieder mit Braunschweig-Lüneburg zusammenfallen. Die Nachkommen Georgs waren also die eine Option. Die andere Option waren die Söhne des Heinrich von Braunschweig-Dannenberg. Der hatte 1569 zugunsten seines Bruders auf die Herrschaft über Braunschweig-Lüneburg-Zelle verzichtet und als Entschädigung die kleine Herrschaft Dannenberg erhalten. Und zwar mit einer schriftlichen Zusicherung, dass seine Nachkommen bei einem eventuellen Aussterben der Wolfen-Büttler-Linie deren Nachfolge antreten dürfen. Der Ältere der beiden Söhne, Julius Ernst, hatte selbst keinen Sohn. Sein Bruder, August der Jüngere, verfügte dagegen über eine reiche Auswahl an Söhnen. Er lebte vor 1635 in dem kleinen Amt Hitzacker, das ihm sein Bruder Julius Ernst überlassen hatte dafür, dass August der Jüngere ihm seine Herrschaft in Dannenberg belies. In der welfischen Erbteilung von 1635 einigte man sich nun darauf, dass dieser August der Jüngere zum Stammvater des neuen Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel werden sollte. Braunschweig-Dannenberg fiel ihm nach dem Tod seines Bruders ebenfalls zu. Und die Nachkommen von Georg von Braunschweig-Kahlenberg-Hannover traten das Erbe der Linie Braunschweig-Lüneburg-Zelle und Braunschweig-Kahlenberg-Hannover an, wobei es für dieses Gebiet keine Primogenitur gab, sodass weiterhin bei jedem Herrscherwechsel interfamiliär kräftig geschachert wurde. Erst Ernst August vereinigte 1705 Braunschweig-Lüneburg-Zelle mit Braunschweig-Kahlenberg-Hannover. Um eine neue Zersplitterung zu vermeiden, führte er für das neue Gesamtreich die Primogenitur ein. Ernst August sollte zur entscheidenden Gestalt in der Geschichte der Welfen werden. Er erwarb nicht nur den Kurfürstentitel, sondern heiratete Sophie von der Pfalz, dank derer seine Söhne erbrechtliche Ansprüche auf die englische Königskrone anmelden konnten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und? Alles klar? Oder sind sie wie wir der Meinung, das heutigen Numismatikern eine Menge erspart geblieben wäre, wenn die Welfen die Primogenitur ein bisschen früher eingeführt hätten? Wir vom Auktionshaus Künker freuen uns, Sie zu unseren Sommerauktionen 2018 einzuladen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Auktionshaus Künker